Der Bauer Der kleine Bauer hat mit den Erwachsenen ein Gescheh. Denen glaubt er in Zukunft gar nichts mehr. Es ist ja gar ein Hand, liegen dann alle miteinander. Statt ein Osterhausen hat er entdeckt, wird er dort die Aue versteckt. Und unter dem Dach bei einem Haus hat er gefunden das Gewand von Nikolaus. Dass das Christkindl kommt, ist auch nicht wahr. Die Mami kauft die Geschenke ein Jahr. Und die Kinder werden angeblich geboren. Den Bauer findet er auch noch. Das hat er sich geschworen.